Moin Moin zusammen, wieder mal ein Let's Play MechWarrior von der BSA Gaming Community. die mit dabei sind, meiner Einer, Pottreiter, der Esel nennt sich zuerst, der Matt Loki, Nightslider und Keid, hallo Jungs, unser zweiter Rand in den neuen Mechs, Clan Mechs, zumindest sind welche mit dabei, hier schön in der Aufnahme, der sogenannte Deichi, jawoll, ist er nicht schön, ist er nicht toll, ein tolles Teil, warte mal Matt, du kommst jetzt hier mal in den Zoom, dann zoome ich dich doch auch gerade mal, genannt Matt Cat, die ich die Nahkampf Matt Cat Variante, hier zu sehen, die S, ausgestattet mit SRM, Mashing Guns, Med Puls Lasern und einem Large Puls Laser, und in einer sehr geilen Lackierung, genau, ja Jungs, dann lasst uns da draufhauen, ja, bin ich dafür, River City, wir haben schon Gegner, ja, da kommt dort, Pretty Baby gleich, jawoll, Oh, ist er alleine? Nee, der scheint nicht alleine zu sein, da fliegen noch einige, da fliegen sowohl Clan als auch normalere Raketen. Also Clan Raketen sind die blauen, ne? Ja, genau. Wer die vorherige Folge nicht gesehen hat. Uh, range ist Blitzgewitter hier. Da sind mehrere, ja. Da kommen hier aber gut rein. Nicht weniger. Jungs, sehr viele Raketen. Ja, jetzt läuft mir der Jäger vor die Linse. Hat schon auch nicht reingezogen. Weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da. Die ziehen auch teilweise außen rum. Da sind versucht man es. Wir sind in Richtung B3 da. Also irgendwie sieht der Deich hier aus, als wenn sie in Teile vom Space Shuttle verbaut haben. Ja, oder so ein Jumbo-Jet-Forderteil. Ah, die wissen gerade nicht, was sie wollen. Ich bin der einbeinige Krüppel. Ah ja, steht da zwei Deichy hintereinander, ne? Ja, hab schon gesehen. Beziehungsweise Direwolf. Juhu. Und nochmal ein erledigt. So, wer hat denn länger von uns beiden, wenn du mit Raketen anfängst? 3-0. Auf dem Dach ist einer. Okay. Okay. War mindestens einer zu sehen auf dem Dach. Ja, ich sehe einen ohne das Einzeichen. Nova. Nova, ja. Lass mich doch mal was versuchen. Ah, der kommt gleich runter. Ja, der ist auf dem Weg nach unten, so wie es aussieht. Ja, weil er nämlich voll gerackt wird. Guck dir das mal an, in 85 Tonner hier oben. Äh, 75 Tonner. Wahnsinn. Es gibt ja ein ganz paar neue Sounds, die man auch noch mal einordnen muss. Ja. Ja. Auf jeden Fall gut. Jungs, ich kann mit diesem Mech ganz nach oben. Aber bin da auch wirklich auch. Ich bin vielleicht mit so einem Nahkampf. Das gefällt mir gar nicht, wenn es mal ein Timberwolf. Bin bei dir, bin bei dir. Keine Panik. Ja, ich bin da dran. Ich bin da dran. Sorry, ich gucke. Ich habe gerade nach hinten geguckt. Ich bedenke mich am 100 Tonner durch. Nicht ganz so gelenkig. Ja, ich... Ja, jetzt läuft mir der andere auch noch vor den Linsen. Wir sind voll auf dem Timberwolf, auf dem Target J. Hab ihn. Sehr schön. Timberwolf, Target G ist raus. Bin jetzt auf A. Hat sich auch wieder verkrümmelt. Target L haben wir noch was. Ich guck mal an der Seite vom Gebäude. Ja, ich bin direkt hinter dem Gebäude bei euch. Nein. Warhawk. Geberal falling. Vier Stück an der Ecke. Boah, jetzt werde ich hier aber das Target So, ich starte den jetzt gleich in Besuch ab und zwar direkt Frontal Ich bin auf L, auf dem Rohrhorn Jawohl, weggesackt Ich bin am Nova, habe ihn Ich laufe von hinten an ihn Erstaunt Ich habe hier einen Jäger erledigt mit Oh, jetzt gehen wir rüber, wa? Ja Der macht natürlich die Defense Turtles down Dick wund Achso, das war völlig feier, ok Target H Target H Hier rechts mit auf Target G Ja, bin dabei Boah, wie ihr seht Jungs, wir sind alle hier sehr schön konzentriert Das finde ich gut Ja, deshalb auch etwas weniger Geräte grad Fürs Let's Play, also nicht wundern Ja, darauf wollte ich grad hinaus Genau Bei mir ist eh nicht mehr so weh, die haben ja das linke Bein mitgeschossen Bin also auch nicht mehr ganz so schnell unterwegs Ich bin mal auf Hitze Ich bin mal auf Hitze Probleme gekommen Ja, hoffe ich Ist ja schon selten Mit knapp alle Oh, den letzten haben wir hier und der ist jetzt auch erledigt Zwölf zu Null Zwölf zu Null Ja Strike würd ich sagen Jawoll Ah, wies Bösgutrunde In diesem Sinne BSE Rules, ne? Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen Oh, guck mal, guck mal im Chat, guck mal im Chat Call me Matt Klassend Appearantly Was? Dickface Dickface Ganz mies Ja, ist mal einer angepisst, ne? Ja, richtig angepisst Bye, bye, Leute Macht's gut, ciao Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal